Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Stadtupdate hier aus dem Herzen von LEGO City. In dem heutigen Video geht es mal wieder um die Straßenbahn bzw. die Straßenbahnlinie genauer gesagt, denn dort möchte ich einiges verändern. Sie gefällt mir zwar so, wie sie jetzt hier in der Stadt aufgebaut ist, ganz gut. Sie führt ja da hinten bis zur Eckgarage bzw. beginnt dort, macht dann hier hinten im Park die Kurve und kommt dann hier am Hauptbahnhof, am Zentralbahnhof an. Also die Streckenführung finde ich ganz schön. Natürlich wäre eine Kreis-, also eine Ringlinie wäre natürlich schöner, wenn man das alles geschlossen hat, aber so mit einem Start und einem Endpunkt gefällt mir das auch schon ganz gut. Allerdings gefällt mir die Nutzung dieses Mittelstreifens noch nicht so gut, da der Streifen abseits von den Straßenbahngleisen einfach zu wenig genutzt wird, finde ich. Und deshalb werde ich heute ein zweites Straßenbahngleis hier hinzufügen. Ehrlich gesagt habe ich auch schon länger überlegt, ein zweites Straßenbahngleis hinzuzufügen, aber bisher habe ich mich davor noch gescheut, denn wie ihr sehen könnt, wenn ich das Ganze so bauen würde und wenn ich jetzt mal eine der Straßenbahnen nehme, dann ist hier einfach nicht genügend Platz. Also diese Straßenbahnen sind bei mir ja sechs Noppen breit und da wäre also überhaupt keine Noppe Platz mehr zwischen den beiden Gleisen und darum habe ich das Ganze bisher nicht gemacht. Jetzt ist mir aber eine Idee gekommen, wie ich das Ganze doch schaffen kann und das mag jetzt für euch denkbar simpel erscheinen, nämlich indem ich das Ganze einfach um eine Noppe nach außen versetze, sodass wir dann also in der Mitte insgesamt vier Noppen Platz haben und da wir eine Straßenbahnbreite von sechs Noppen haben, haben wir dann also noch zwei freie Noppen in der Mitte zwischen den beiden Straßenbahnen, wenn die sich gegenseitig begegnen. Ich habe das Ganze bisher nicht so gebaut, nicht gemacht, weil ich ein Problem hatte mit den Straßenbahnübergängen, also sprich da, wo wir eine Straßenkreuzung haben oder ähnliches, denn da habe ich ja diese Slopes, die eine Tiefe von zwei Noppen haben und ich die dann nicht mehr hier dran richtig befestigen könnte, aber dann bin ich einfach auf die Idee gekommen, dass es ja auch völlig ausreicht, wenn man diese Slopes an nur einer Stelle befestigt und das war noch nicht mal der größte Punkt, warum ich das nicht getan habe, sondern eher der Punkt für den Gehweg, denn ich will den nicht zu steil ansteigen lassen, dass sie also nicht eine zu große Stufe ist von den Straßenbahngleisen runter auf das Straßenniveau und darum werde ich diese 2x2 Plates oder Tiles Modified benutzen. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, aber die kommen hier auf den Rand drauf und die haben oben eben nur zwei Noppen, das heißt auf der einen Seite sehen sie aus wie eine Fliese und auf der anderen Seite wie eine ganz normale Plate. Also das Ganze werde ich jetzt bauen und dann zeige ich euch gleich, wie das aussieht. Wie ihr sehen könnt, habe ich es also genauso gebaut, wie ich mir das vorgestellt habe. Also das Ganze ist jetzt hier ganze 16 Noppen breit, statt der eigentlich regulären 14 Noppen, sage ich jetzt mal und dann wird es nach der Kreuzung auch schon schmaler, nämlich durch diese Light Blue Shred, diese besonderen Eckteile. Also diese Fliesen sind da wirklich ideal, um diesen Mittelstreifen dann wieder zu verjüngen und dann haben wir hier einen Abschnitt, wo einfach nur Gras ist, also etwas Wiese, damit auch ein bisschen Grün mal in die Stadt reinkommt und dort hinten haben wir dann die nächste Kreuzung, da ist auch der Verkehrsturm wieder an seinem fast baugleichen Platz, da musste ich etwas umbauen und diesen Umbau schauen wir uns jetzt an. So sieht der Verkehrsturm jetzt aus. Da hat sich nicht wirklich viel verändert, bis auf die Leiter, um hochzukommen. Da habe ich jetzt diese Leiterteile verwendet. War gar nicht so einfach, da genügend in meiner Sammlung zu finden, aber ich habe einige jetzt hier angebracht und die ermöglichen es einfach, dass dieses ganze Gebilde etwas schmaler ist. Als vorher, vorher hatten wir auch noch diese andere Stütze und dann diese größeren, breiteren, dickeren Leiterteile da dran und mit diesen schmaleren kommt die Straßenbahn also problemlos hier dran vorbei. Und allerdings nur diese hier, wenn man ehrlich ist, denn die hier, die alte Straßenbahn, die kommt nur auf dieser Seite vorbei, ganz einfach wegen diesen Schildern dort unten unter den Fenster rein. Die sind zu breit, die würden auf der anderen Seite, das habe ich mal ausprobiert, die stoßen da halt einfach gegen die Leiter. Von daher darf diese Straßenbahn vorerst nur auf dieser Seite der Gleise fahren. Das ist natürlich nicht ganz realistisch, aber was soll's. Hier musste ich das Gleiche machen, diese roten Werbeschilder. Könnt ihr sehen, als ich die Straßenbahn gebaut habe, da waren die noch weiter außen. Jetzt habe ich die weiter nach innen versetzt, sodass sie also nicht mehr überstehen über das Dach. Vorher sah das noch ein bisschen anders aus, aber jetzt macht das Ganze keine Probleme mehr. Ich werde jetzt noch hier diesen restlichen Bereich weiter fließen und dann schauen wir uns das Endergebnis an. Das ist jetzt das Endergebnis. Ich habe hier also die Gehwege, die über die Straßenbahngleise führen, auf beiden Seiten gefließt. Und auf dieser Seite habe ich einige Fliesen wieder entfernt, denn hier habe ich das Ganze ja etwas verlängert. Also die Stelle, wo der Mittelstreifen verbreitet ist, ist hier deutlich länger. Und das hat den Grund, dass ich an dieser Stelle eine Straßenbahnhaltestelle haben möchte. Aber dann habe ich gedacht, es macht eigentlich gar keinen Sinn, hier diesen ganzen Bereich, der jetzt einfach nur grün ist, zu fließen. Denn wenn wir hier mal eine Straßenbahn platzieren, dann ist das Ganze so gedacht, dass die Passagiere dann einfach hier die Straße überqueren, die Straßenbahn besteigen und dann fällt die Straßenbahn los. Natürlich könnten sie auch hier warten, aber wenn dann auf der anderen Seite auch noch eine Straßenbahn kommt, dann ist hier einfach in der Mitte viel zu wenig Platz. Und es macht überhaupt keinen Sinn, dass da jemand warten würde, weil es einfach viel zu gefährlich ist und so weiter. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn. Das sieht auf den ersten Blick vielleicht etwas komisch aus, dass nur der äußere Rand jetzt gefließt ist. Aber das Ganze macht in meinen Augen wirklich viel mehr Sinn. Es würde dann natürlich am besten sein, wenn in der Mitte so viel Platz wäre, dass da genügend Figuren warten können, ohne dass sie von einer Straßenbahn umgefahren werden. Aber das ist hier in diesem Maßstab im Moment einfach nicht möglich. Von daher lasse ich das Ganze für heute so. Und damit haben wir auch das Ende dieses Updates erreicht. Also lasst mich wie immer gerne mal wissen, was ihr davon haltet unten in den Kommentaren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.